ja die Beweidler fernfohlen es ist ein Tag erst mal nur ich gehe auf Pläne sieht gar nicht gut aus bei uns hier das heißt sie tun gut aus aber sagen das mal so wir haben aktuellen ein kleines wirtschaftliches probleme müssen sie es um die wirtschaft kümmern jetzt will ich mal ganz gut sie gucken was ist um Luftballon und jetzt immer zu teuer Elefantenkopf Luftballon total billig so pass mal auf Elefantenkopf Luftballon total billig total billig ist eine Vokabel die gibt es bei mir nicht da müssen wir noch mal gucken gerne gerne genauso viel gerne Luftballon ist mir zu unterwischen ist mir zu teuer okay Atze Schröder ist mal wieder zu teuer das wissen wir das ist immer so da gehe ich mal auf komm gehe ich auf 7 runter Luftballon ist der ist immer zu teuer genauso viel gerne gerne ist mir immer noch zu teuer okay Leoparden okay pass mal auf ich gehe noch einen runter aber aktuell brauchen wir wirklich Geld und Affenkopf gerne Luftballon ist mir zu teuer was kostet denn Luftballon so ein bisschen können wir denen entgegen kommen wir gehen auf 5 runter mehr gibt es nicht also da müsst ihr schon drauf klarkommen Freunde was sagt hier die eine wie ist das hier angemessen okay ja da ist nicht viel mit zu hopsen jetzt gucken wir uns mal ganz kurz hier die Preisbewertung an gerne 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 das finde ich super das macht einen guten Eindruck und hier Bananensplit ist mir zu teuer okay Bananensplit ist das einzige was aktuell ein bisschen zu teuer ist dann gehen wir da mal zwei runter gehen auf okay dann gucken wir noch mal ne komm Freunde kauft ein bisschen was ich muss wissen was hier Phase ist ne gerne für Milcheis ne guck mal hier vorne ne kauft ne kauft kauft wir brauchen Geld wir brauchen Geld Geld regiert die Welt bekanntlich ne ja ist natürlich nicht viel los weil wir freuen ihr zahlt eine verkackte Pfeife ne dafür ne gerne 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 okay das scheint jetzt erstmal gut zu sein gut wie siehts hier mit dem Saftautomat aus okay da müssen wir auf jeden Fall noch ein ich hoffe ich kann das zumindest kaufen Mülleimer hinballern Zim den stellen wir auch nochmal hier direkt daneben wo ist unser Onkel den wir hier angestellt ist kommt der da hin ja da kommt der hin super wie siehts hier mit dem Angebot aus gerne gerne Limonade ist mir zu teuer Limonade ist also zu teuer ja so seht ihr aus im Software keine Limonade wenn wir da machen wir eine Pfeife Gewinn dran bisschen Gewinn muss ja schon drin sein ne zu teuer Freunde dann gibts für euch keine Limonade ganz einfache Geschichte hier ne jetzt fängt das an schneen verdammte Scheiße was ist für ein Dreck hier wir sind hier in ne Wüste beziehungsweise gar nicht in ne Wüste wo sind wir eigentlich welchem Land sind wir eigentlich ich weiß es gar nicht mehr genau äh nur Raubkatzen ja gerne 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 das ist schon mal ne gute Sache so pass mal auf ja aber ich glaub aus der Misere kommen wir nicht mehr raus Freunde wie sollen wir da wieder raus kommen ne wir machen kaum Gewinn ne äh Oktober Kontostand Minus Summe Minus ne Pflanzen Verwaltung Baumaß gut wir haben viel gebaut ne Mitarbeiter kosten 140 Dünger bla 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 Parkeintritt 10 ja wie soll ich mit 10 Pfeifen auf den grünen Zweig kommen Freunde könnt ihr mir das verraten so Durst neues Tier oh Toiletten Scheiße wir haben keine Toiletten fuck ich glaub die kann ich auch nicht kaufen ne ich glaub die kann ich nicht kaufen doch die kann ich kaufen super das finde ich gut dass wir das zumindest kaufen können die müssen wir sofort updaten die wissen ja ne goldene Wasserhände wollen will das pack haben ne so ist auch sofort hochfrequentiert wie man sieht ne die wollen alle ihre Limonade loswerden beziehungsweise Limonade ist ja zu teuer ne das verwirrte pack hier ne hmmm was machen wir denn jetzt Leute was machen wir denn jetzt ok da laufen noch einige Leute rum das heißt da machen wir nochmal einen Limonadenstand hin ne ja ja Schilfrohr kann ich mich aktuell nicht drum kümmern so pass mal auf hier da zum was neues Tier Toilette gibt's mittlerweile pass mal auf hier zum ganz kurz nochmal abcheckern gerne 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 Limonade ist mir zu teuer das bleibt auch so liebe Leute da ist nichts dran zu ändern denn hier ne Limonade ist mir zu teuer ne dann läuft's halt keine ganz einfach okay ne ein bisschen gewinnen muss ich machen sonst ne ich weiß eh nicht wie ich's wuppen soll wir sind bei 1,5 miese Freunde können wir das verraten hier ne kommen wir kurz mal den schönen Löwen an ne lenken wir uns ab von dem tristen schnöden Mammon-Scheiß hier ne hmmm ah weißer Löwe ne ach herrlich fuck hier Onkel wo ist der Onkel wo ist der Müllonkel ah der ist aber grad unterwegs ok ok ja da ist aber eigentlich alles da ne ok es wird auch gut angenommen ne aha Unterhaltskosten Gewinn 6 super solange Gewinn klingelt ne bin ich bestens zufrieden ok da geht der Müllonkel nimmst die Flaschen hier weg ne genau das machst du sehr gut mein Freund ne ne kann ich kann aber keine Tiere kaufen ne ohne Moos nichts los ne das ist äh ich könnte es mal probieren aber ich glaub es er nicht äh äh was ist los oh haben wir ein Baby oh ein weißer weißer geilen weißen Löwen haben wir gekriegt ja sind einsam was ist die Erde zu groß was jetzt müssen wir ganz kurz gucken äh ähm ähm Löwen wir haben einen zu viel boah süßer kleiner Kimber sei mir nicht böse du bringst 300 Pfeifen ich muss dich leider verbimmeln das tue ich nicht wirklich gerne aber ne du es geht für guten Zweck ne so jetzt müsste das Ding aber weg sein 12 ne ist doch eigentlich okay ne Herde wird mir zu groß Herdengröße ist doch 11 das seh ich doch richtig ne ganz kurz mal gucken Savannengras ist okay Herdengröße 4 bis 11 das heißt das dürfte jetzt aktuell nicht mehr zu groß sein richtig pass mal auf hier meine Süße ne Löwenweibchen 9 ich wäre dir sehr dankbar wenn du da weiter sehr gut in ähm ne in Produktion träten tröten traten totes ne das das wäre ne gute Sache denn ähm wir brauchen Geld ich sag's wie es ist ne ich beschönige nichts ne wir brauchen Asche verdammte Kacke wir brauchen Asche jetzt pass mal auf hier wo sind denn die Tigerse kann ich hier einen Tiger einen Tiger kaufen das ist der Wand hochspringer wo sind die Tigerse hier ne sind 300 Pfeifen 300 Pfeifen 300 Pfeifen 300 Pfeifen ist ein Weibchen oh ich kann das kaufen geil aber wir brauchen natürlich jetzt auch noch Heißgeräte ne das ist das Problem dem wird wahrscheinlich zu kalt sein ne das ist recht kühl hier das habe ich mir gedacht äh hm Heizgerät ganz gut ausnutzen den Platz ne wir wissen ja die Herrschaften stellen sich gerne mal dahin ne wo es alles andere als äh entsprechend ist ne so pass mal auf können wir noch einen kaufen wir müssen solange wir kaufen können müssen wir kaufen meine Freunde das bleibt nicht aus wenn wir die mehr Geld geben beziehungsweise ich äh was ist ein Männchen was kostet 300 haben so ihr werdet euch jetzt ganz doll lieb haben oh mein Gott die wollen die Pflanzen ne pflanzen 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 wir nehmen mal hier sowas in der Art ne äh 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 hier sind zwei neue Tiers guckts euch an ne Ernie und Bert ne ja ich kann dir keine Pflanzen kaufen alter das ist voll scheiße ne ich weiß aber äh 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 ne kann ich nie machen das ist ein bisschen albern ne also ich kann Tiere kaufen ohne Geld ne aber Pflanzen kann ich nicht kaufen boah ihr boxt ja voll der Papst ey geil jetzt muss ich mal ganz kurz gucken wie sieht's hier preistechnisch aus äh ist das immer noch angemessen 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 Kleiner was mit dir neues Tier ok neues Tier neues Tier ein Bier für ein neues Tier ne ok komm guckt euch das die schönen Tiger zu an ne wo ist denn der andere Tiger oh ich hab's mir gedacht das reicht nicht so wir wissen ja ne Freunde ne ihr sauft ganz gerne mal ne beziehungsweise der wird mir jetzt auch echter soffen glaube ich ne da haben wir doch gar keinen Onkel eingestellt ach du scheiße ich hoffe das können wir machen 2,10 finde ich gut beziehungsweise haben wir nochmal einen 80 2,10 komm hier Alter ne hab ich total vergessen ey ja diese Finanzscheiß ist immer so ne Sache ne ähm ich kann keine ich kann keine guckt's euch an hier ne ihr wollt wahrscheinlich pflanzen pflanzen parkdeko ne und ja ich kann aktuell nicht mal für meine Tiere pflanzen kaufen das ist ein ganz andere Problem total die Sorgen hier ne der scheiße hier was strömt das Volk strömt finde ich gut wie sieht's denn jetzt hier eigentlich so aus mal preistechnisch gucken gerne 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 finde ich gut und der hier kommt zeig mal an da gerne gerne super perfekt okay Nun, meine Freunde, ich bin ehrlich, ich weiß nicht im geringsten. Wir brauchen wie viel? Ich glaube vier Tigerse, ne? Tigerse sind übrigens richtige Pluralformen, ne? Können wir denn noch ein kleines eventuell kaufen? Denn wir haben ja auch ein Weibchen dabei, ne? Was kostest du? 600, 400, zwei Jahre. Sechs Monate, Tigerjunges. Ich will nicht haben, will ich haben. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an, wie süß das ist. Aber wir natürlich nicht aus der Zuschauerperspektive, ne? Wir sind hier, ne? Beispiel Kind 45 sitzt hier in der ersten Reihe. Oh, geht's hier gut? Ich würde gerne auf Bäume klettern, die Handkletterbäume habe ich hier, ne? Etwas kratzen, habe ich auch klar gemacht. Jetzt mach die Mama doch erstmal sauber. Du bist doch die Mama, ne? Du bist das Männchen. Ja, du bist ja ein netter Papa, ne? Und der Wetzter, ne? Cool. Und hoch den Baum. So ist richtig, mein Junge. So ist richtig. Aus dir wird mein Kämpfer. Das finde ich gut. Jetzt erstmal oben Nickerchen machen und so ist richtig. Hier gibt es zu wenig Pflanzen. Ja, ich weiß. Aber ich kann leider nur, ich kann zwar Tiere kaufen, aber keine Pflanzen. Hm. Ich weiß, es war schon krass, ne? Aber ich muss, guck dir den kleinen Racker, die muss ich einfach kaufen. Seid mir nicht böse, ne? Selbst wenn es uns jetzt finanziell noch schlechter geht, aber guckt euch doch den mal an. Der ist doch, oh, ne. Muss ich machen, liebe Leute, du musst dich machen. Selbst in das Pack hier am Meckern ist von wegen Scheiße, ne? Mehr Parkdeckung, mehr Pflanzen. Löwen. Okay, Löwen heißt, ne? Löwen heißt, wie viel bringst du? 100. Scheiße. Du bringst auch 100. Und du bringst 100. Ja, ich muss dich verkaufen. Ja. Jetzt müssen wir mal ganz kurz warten, äh, bis dieses Zeichen wieder weg ist. Dann sind die auch wieder happy. Dann bringen die auch mehr. Wir müssen noch ein paar kleine verkaufen, so leid es mir tut. Ne? Ähm. Wie viel haben wir? Ganz kurz mal gucken. Haben wir irgendwie wahrscheinlich mehr als einen gemacht, ne? 17. Wir haben 17 Löwen. Boah, ich soll mal freuen, denn das ist ja... Ja gut. Ähm, müssen wir machen. So, du bist ein Löwenweibchen. Die Herde wird mir zu groß. Wie viel Weibchen haben wir? Äh, du bringst auch nur 100. Ich muss dich trotzdem verkaufen. Zusammen. Das ist natürlich echt bitter. Ich meine, auf der anderen Seite ist es natürlich schön, weil es gibt Geld, ne? Das ist so... Das waren zwei Sterne, Käpt'n. Der ist sogar ein drei Sterne, Käpt'n. Und du bist dann auch ein zweieinhalb Sterne, Käpt'n. Ähm, scheiße. Die überschwemmen den Markt gerade mit, äh... Haben wir immer noch 17? Ne, 13. Ich muss... Ich muss... Leider muss ich sie verkaufen, liebe Freunde. Ich muss sie leider verkaufen. So, jetzt haben wir 11. Das heißt, das Symbol müsste gleich weg sein. Und dann müssen wir nochmal, wenn sie halbwegs zufrieden sind, verkaufen. Denn, ne? Es ist so im Zoo, ne? Das Geld muss irgendwie kommen, liebe Leute, ne? Komm, jetzt ist das Symbol weg. Jetzt bist du glücklich, mein Freund. Bist du glücklich? Bringst trotzdem nur 100. Wieso bringst du nur 100? Was ist mit dem Weißen hier? Er bringt 300 und ich muss dich leider verkaufen, Kollege. So leid's mir tut. So leid's mir tut. Wir brauchen Geld. Wir brauchen unbedingt Geld. Hier, ne? Klärens, ne? Ihr müsst nochmal ein bisschen in Produktion gehen. Wir brauchen Asche, Freunde. Wir brauchen unbedingt Asche. So, die wollen hier immer ein halbes Saufen. Ja, wieso sauft die denn nicht, Freunde? Die solltet jetzt ein bisschen was, ne? Guck mal, nochmal einen Automaten hier irgendwo hinstellen. Komm, hier an die Ecke. Da ist ein strategisch guter Punkt, ne? Da stellen wir nochmal einen Automaten hin. Zim, können wir das machen? Können wir sogar machen, super. Zim natürlich aus direktem Mülleimer daneben. Fluckt die? Wuckt die? Subt die? Und dann gehen wir nochmal auf unsere bereits bestehenden, ne? Und da gehen wir dann mal zusammen. Preise, ne? Auf alle übertragen. Zipdiwapti. Ob die Limonade zu teuer ist, das ist mir egal, denn, ne? Ein bisschen Asche muss kommen, Freunde. Wir wollen immerhin unsere Tiere irgendwie am Kacken halten, ne? Und das geht nur mit Asche, ne? Ah, hier, ne? Schön poppen, ne? Wir brauchen Geld. Ihr müsst für unser Geld poppen. Ja, was ist mit euch, Freunde, eigentlich? Ihr seid auch irgendwie ein ganz, ne? Tiger-Männchen, ne? Wo ist das Weibchen? Ähm, das mit dem Zaun ist echt nicht gut gemacht. Da muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich das wieder verkaufen kann. Äh, verkaufen. 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 Das sehe ich natürlich jetzt nicht alles wieder. Das seid mir nicht löse. Das muss aber trotz allem erstmal sein, weil ich a, Geld brauche und b, müssen wir mal ganz kurz gucken, ob wir da irgendwie eine Wand oder sowas hinstellen können. Wenn irgendwas, was höher ist, äh, so, zim, zam, zim, zam, zim, zam. So, können wir denn hier irgendwie, okay, wir haben nicht mehr so viel Geld, aber auch nicht mehr ganz so viel Schulden. Das ist schon mal ganz cool. Ganz kurz mal gucken. Äh, äh, das geht alles unter. So, leid es mit dir, das geht alles unter. Mhm, 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 mhm. Dann machen wir das anders. Dann machen wir das anders. Äh, hä? Gelände absenken. Stufenweise absenken. Bulldozer. Gelände ebenen. Abrunden. Ja, aber abrunden. Ganz kurz gucken, was funktioniert. So, dann haben wir so zumindest jetzt irgendwie mal eingezäunt, beziehungsweise, ne, ob sie da noch rauskommen, weiß ich jetzt gar nicht. Wir probieren das mal hier nochmal zu. Okay, das war jetzt natürlich weniger gut, aber ich denke mal, da werden sie nicht durchkommen. Und dann machen wir nämlich hier nochmal, hier machen wir nochmal einen schönen Zaun hin, ne. Zim. Das macht dann auch Sinn irgendwie mit dem Zaun. Zim. So, ich glaube, hier kommt dann keiner durch, ne. Ja, hier können wir nochmal. So, ich denke mal, das sollte erstmal sicher sein. Ich hoffe mal, dass das sicher ist, ne. Äh. Wir werden sehen. Hier können sie zumindest plümsen. Und wir haben schon wieder 1500 Pfeifen auf der Uhr. Minus. Kacke, verdammte. Und die Leute, ne. Das hier weitergeht, aber das schaffen, ne. Das sehen wir dann in der nächsten Folge, beziehungsweise, ich denke mal, das wird ein bisschen was dauern, aber wir kriegen das hin. Erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und in diesem Sinne abonnierende Freunde. Und geht immer wieder in den Zaun. Das ist euer Spiegel in 45. Ciao, ciao. Ciao. Hm, 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 hm.